Hallo Männer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Sword of the Stars der Pit. Ja, letzter Durchgang lief semi-optimal zum Schluss ab, da hat uns nämlich das kleine Killer Bunny getötet. Und leider Gottes, wenn man mal in den Sword Decks reinschaut, kein Killer Bunny zu sehen. Das heißt, um Informationen zu bekommen, muss man das Viech erstmal töten. Was natürlich ganz dumm ist, denn ich wollte eigentlich wissen, wie viele Lebenspunkte das teilt und ob ich eventuell eine Granale dafür brauche. Aber ja, so sei es drum. Wir werden auf jeden Fall uns mehrmals noch in den Pit reinbewegen. Eventuell auch später wirklich mit diesem Add-on Mastermind, weil das macht mir jetzt gerade wirklich Spaß hier. So, machen wir aber normal. Ich möchte das mit einem normalen Modus so einige Sachen zusammensammeln. Und ich wähle den Ingenieur aus nochmal. Eben gerade, weil er gut mit Computern kann, er kann gute Krypten und weiß egal was. Sollten wir wirklich ein bisschen, was wir beisammen haben, vielleicht schon in diesem Rand, vielleicht den nächsten dann, werden wir einmal zum Marine und einmal zum Scout wechseln. Kann mit dem Marine einfach nur um sinnlos durchzuballern. Aber dafür, wie gesagt, möchte ich erstmal einige Blaupausen und Kombinationen ausprobieren, damit man mit ihm wie ich sagen kann, hey, der muss jetzt nicht irgendwie großartig Sachen kombinieren können. Der muss einfach bloß mit seinem Maschinengewehr durchbrechen können. So, aber soviel dazu. Ingenieur. Ingenieur Isaac Clarke, los geht's. Ähm, yep, erasen. Auf jeden Fall, ja, ich hatte schon davor eine Aufnahme, aber da ist mir das ganze Spiel abgekackt. Und noch etwas, würde euch aufgefallen sein, ihr seht jetzt einen Mauscursor. Das habe ich extra so gemacht. Denn ich wusste jetzt nicht ganz genau, was das besser ist. Gerade wenn ich im Inventar rumklicke und dergleichen, sieht man eben gar nichts und mich nur hören. Deswegen wird diese Aufnahme mal mit Cursor sein. Ihr sagt mir dann einfach, ob ihr es weiterhin mit Cursor haben wollt oder ohne. Das ist für mich ein kleiner Haken bei Fraps. Und ich höre es schon wieder quietschen. Rotten Pile. 78. Schauen wir mal, finden wir was? Nichts. Na, super. Dann schieße ich ihn hier. Ähm, ich hab gesagt, ich schieße ihn. Danke schön. Und ich schieße ihn. Ich schieße ihn. Ich schieße ihn. Ähm, okay, dann werde ich messen. Ich werde immer mal messen. Sonic-Modul. Nice. Okay. Ähm, ihr merkt schon, er trifft nicht immer so, wie er treffen soll. Geil. Munitionskiste. Äh, aufmachen. Dankeschön. 99%. Reife. Ne, ich hab keine Reife. Schade. Eventuell hier was? Essensrationen. Oh, das ist nicht schlecht. Es hätte definitiv besser sein können, aber naja. Da bin ich jetzt mal nicht so. Äh, hallo. Wie fre... Hallo, was geht denn jetzt ab? Reife. Amor. Pistolen. Jeppe. Ich muss sagen, ich bin doch gerade relativ zufrieden. Ah, infinite food. Ist man hier? Ja, einmal untersuchen. Dankeschön. Oh, kack. Ja, ins Gesicht geschossen und geholfen. Ähm, Brain und Fitness. Und hier unten machen wir am besten, dass wir mal gucken. Hm. Ach, Fitness ist hier. Ah, ich sehe schon. Fitness gibt hier einen Bonus. So, hier gibt es einen Bonus. Brains für die Krypton. Was ist eigentlich meint, dann? Mechanisch. Das heißt, ein bisschen meint, soll ich auch machen. Aber zuvor machen wir mal das hier. Brainbaum auf jeden Fall. Okay, vorne. Dann möchte ich doch bitte fein finden. Dann sagen wir noch. Elektronisch auf jeden Fall. Und komm, der Pistolen müssen wir besser umgehen können. Doch so. nicht. Nichts gefunden. Auch halbue ich jetzt. Hallöchen aber auch. Elektronische Teile. Und wie gesagt, dass der hier unten schon rumläuft. Das wundert mich etwas. Oh, nichts fein gelassen. Doof. Ähm, Dankeschön. Das nehme ich doch gerne an. Ähm, ich suche mal den Haufen. Oh Gott. Ähm, umdrehen. Schießen. Autsch, das hat weh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ruinen. Ja. Bindingborn. Bei Ruinen weiß ich nicht, ob er die kaputt machen sollte. Das ist auch wie so eine Frage. Soll ich mal Ruinen kaputt machen? Ich kann endlos darauf einschlagen, aber ob das was bringt, ist was anderes. Eine Mine. Perfekt. Dann habe ich die nicht ausgelöst. Ja, vergammelte Käse. Nachdem ich weiß, dass es einen Fortifier gibt, der das alles wieder gut macht, äh, liebe ich vergammelten Käse. Oh. Oh, fuck, oh, fuck, oh. Kann ich ihn auch auf? Ahh. Natürlich zu weit weg. Aber hier kannte ich nochmal suchen. Hm, soweit, so gut. Nichts gefunden, verdammt. Hier gehts nicht weiter. Hier ist ... Hüh, war ne Falle. Das ist ganz gut aufpassen ich würde das habe ich gesehen sollte vielleicht nicht jedes mal nachladen aber egal okay ich glaube zwei letzte raum und nichts gefunden das hat sich natürlich gelohnt na gut dann haben wir eben eine 1 mal fertig und gehen in die nächste ebene aber das ist und hier ist normal türen aber den können wir doch bestimmt aufmachen 70 prozent nachkommen verwenden wir 85 prozent schauen noch besser aus kaut soll das ich war ja gerade am dekodieren hallo was soll das ich bin immer noch am dekodieren kann mich hier meine steuer ich verstehe es nicht bis zum hinkern wundervonna oder was wundersi krampel enthüllen cleanster body of radiation and poison effekt okay das wäre ich verstrahlt werde kann ich das nehmen und vergiftet jetzt ein weißes vergift das möchte ich doch mal überhaupt ist ziemlich praktisch genau wer braucht schon marine wenn man mich hat nachladen bitte dankeschön es verschlossen damit nicht mehr kennen das will genau ob muss lockt das ist das was ich gebraucht habe okay wegen einem welches nicht nachladen das ist doch ein bisschen hart ich bin irgendwie schon ja okay ich habe meine medien fähigkeiten verbessert komm schon ja also also ich glaube das ja tut mir leid der tisch musste weichen ja wer hat mir er hat mir die tür aufgemacht netter kleine roboter und von der entfernen sogar getroffen das ist nicht schlecht aber ich glaube hier kann ich ja ich kann wieder medischaden machen aber das ist eine falle aber ich würde doch zu gerne da unten rein speed decrease das macht nix das nehme ich mal eben im kauf dafür bekomme ich hier jetzt bekomme ich jetzt bekomme ich jetzt nichts aber hier bekomme ich was und zwar na gut okay das hat sich jetzt nicht trainiert da kann ich hier und diese radikamen dauer nicht hier hm hab dich habe ich und sogar noch okay 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 wir machen noch mal fitness und brain might kommt das nächste mal dran was ich brauche die krypten auf jeden fall dann machen wir noch mal hier vorhin medisch anbauen jetzt gerade nicht trappes trappes platen knife die krypten assault weapons noch einen im computer rein und hier kommt mechanik hier sind ja mechaniker also große große virus kaputt virus kaputt und dabei noch den äh pistol kaputt gemacht super enlarged virus der große bruder vom protein okay irgendwie ja ja bitte ich bitte darum geben wir daten die krypten bitte dankeschön pitchef block ender 0 0 bla to my success i leave this final reception it is a chocolate egg or is another chocolate hm an 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 o an 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 target down da möchte ich entlang ich glaube das war schon von der ebene jetzt verdammt schnell vielleicht sogar ein bisschen zu schnell und runter natürlich es hat funktioniert trainierte ok da brauche ich den assistenten ich möchte 75 prozent das soll ich schaffen das sollte ich schaffen und ich habe noch mal so komisch gemüse gedönse ich habe nicht zufällig sprengladen nein ich habe keine spannung damit ich komme ich den stück bleibt mich an hat zum glück etwas wie ich mich gebissen sehr schlimm für mich aus hallo geht es noch und da gehe ich definitiv nicht durch also falle also was von der falle ach du bist es was vermag wo hier drin zu sein es ist nicht das beste was ich mir jetzt gerade auf teil aber okay nein das ding ist tot was lebt denn hier noch oh gott das mist wie ich guckert ich habe okay schon gemerkt lade mir nach was könnte dir denn die sind gehen ok naja ich habe gern noch ein paar loot sachen gehabt bingo der karte die karte für diese ebene ging es nicht weiter geht es auch nicht weiter ha ha genau oder stirb mit uns kiste bitte 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 bis zum bitte 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 rief das kann ja auch nichts machen so viel dazu da hinten genau hier war noch eine tür stirbt dankeschön eine kochstelle oh gott habe ich noch nie gehabt im kucker kucker was was haben wir denn hier wir können elektrische teile kochen jetzt möchte ich das kann man dann alles integrieren bindings nein don't live jetzt möchte ich auch nicht oder habe ich nur das heißt ich möchte eins von den hier und eins von hier rein machen okay das hat so nicht funktioniert und ich habe gerade beide verloren das ist wenn ich nur die hier koch hat auch nichts gebracht was ist wenn ich das hier mit dem hier verbinde auch nichts das heißt ich habe gerade die arschkalle gezogen müssen elektrische teile ok ok ich habe kocher aber ich habe nichts zum kochen ich freue mich wie lange ich das überleben hätte ok das war jetzt ich habe ganz genau gesehen kaum was zu essen nächst eben ich weiß ja nicht mir bleibt kein treffer ich habe auch keine munition also diese run na gut dann muss ich mit dem messer ein bisschen arbeiten schlitzig auf und ich habe mein messe gleich noch mit kaputt gemacht leicht na dann wird stirb oder so schon ins gesicht ins gesicht ach komm jetzt fasst mich aber ich habe auch noch hunger junge junge jetzt sitzt oh mein gott ist das ist das brot zum essen ist doch mal dankeschön dann was haben wir denn takama ein äh altes trainings geht okay it is not too difficult to program but a mistake can cost brain damage das habe ich dabei okay das testen wir noch mal aus jubis ja mit 20 ja wir sind gefährlich